Was geht Leute, mein Name lautet D-D-D-D-Danny-B-B-B-B-B-Nitsch, willkommen zu einem, Leute, im Video von mir. Gestern hatte ich Besuch bei mir und da dachte ich mir, okay, bestellen wir doch einfach mal zwei Pizze, ich meine, wieso denn nicht? Naja, bis der Pizze-Lieferant kommt, dauert das immer eine ganze Weile, deswegen dachte ich mir noch ein paar Röhnchen COD zu zocken und dachte mir, dass ich nebenbei auch Spaß einfach mal so aufnehme. Auf einmal ist mir der Typ nachgejoint, das war nicht irgendeiner, das war der Nachjoiner und, ähm, ja, er hat sich ziemlich aufgeregt. Dass er zwölf ist, ist natürlich kein Geheimnis, aber das müsst ihr niemand weiterzählen, erst recht nicht euren Eltern. Ein kleines Minispiel habe ich noch für euch und zwar, wie oft, sagt der Typ, Alter, das würde mich wirklich interessieren, ich gehe mal so von 50, 100, 300 Mal aus, viel Spaß mit dem Video. Danny, Danny Burnett, hallo, Danny, komm mal hierher, Alter, Danny, was hab ich gar nicht verletzt, Danny, hörst du ein Headset? Alter, oh, Danny Burnett, nein, Alter, wer war denn das? Was geht, Alter? Boah, Soße Frucht, Alter, Danny Burnett, Alter, komm her, Alter. 10er Abschluss, ja, genau, weil du so, Alter, Danny, hörst du an, Alter. Nein, jetzt, bereit zur Lieferung. Scheiße, Alter. Junge, wer war, wer war das, Alter? Nein, was war das jetzt für ein schwuler Hund? Boah, Danny, pack deinen scheiß Hund weg, Alter, das kotzt an. Ah, 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 scheiß Hund, Alter. Danny, warst du das, ne? Junge, die man mit dem Scheiß C4 hier, Alter, was ist das, Alter? Boah, komm her, wer war das? Alter, das gibt's doch gar nicht, wie schlecht bin ich denn, Alter. Oh, Junge, ey, das gibt's doch gar nicht, Alter. Alter, so ist ihr, ich dachte es mir, ich weiß jetzt sein Schema, Alter, ich weiß wie ich denn. Danny, hau ab mit dem Griff, Alter. Tod ist er. Oh, Junge, 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 Alter. Nein, oder jetzt, Alter. Mann, jetzt, Danny. Ja, und dann mit der auch noch, ne, Danny. Kannst du bitte mal eine Hette anmachen, Danny? Ich würde keine 10 Euro verlieren. Ich bin meine Gemüse, Wunschwester, Alter. Danny, jetzt, wenn mich ich schon töte, dann kannst du meine scheiß Hette anmachen. Nein, wer war das? Oh, nein, also immer nicht, Danny, oder? Ja, ja, wer ist denn das jetzt? Oh, Junge, wieso kommst du denn immer von hinten, Alter? Nein, es war so klar, dass das jetzt... Ich wieder in der Killcam, Alter. So ist es furcht, Alter. Junge, 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 Alter. So ist es furcht, das macht mir der Hette an. Lass mal eins gegen eins kommen, Alter. Oder lass mal bitte Ascension Mode. So, ich bedanke mich für's Zuhören des Videos hier. Und wenn es euch gefallen hat, dann klickt jetzt den Daumen nach oben, damit ihr unterstützt mich mehr, als ihr nur denkt. Außerdem schreibt in die Kommentare, wie oft der Alter gesagt hat. Und ganz wichtig, vergesst nicht, meinen Kanal jetzt zu abonnieren, um nie wieder ein Video von mir zu verpassen. Ich bedanke mich für's Zuhören des Schauen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.